So, das Holz auf den Stapel, das ist gut. Würde ich auch, Ovi, warten. Hey, wirf doch nicht immer die Blume um. Nee, mach ich nicht. Das ist mein Stuhl, nicht deiner, Joder. Okay. Warum misst du die Blumen um? Jetzt repariere ich erster noch. Als erstes hier das Katapult, das ist wichtig. Coole Armbrust, den nehme ich mit. Der Wurscht, den brauche ich. Oh, ein Droidenkopf, den mache ich weg. Aber jetzt renne ich erst ja noch schnell zu dir. Rein damit. Und wieder geht's. Hier geht's. Ernst. Ja? Noch nicht. Ja? Komm! Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020